ARD Text im Auftrag von Funk Er hat gern noch den vierten hinterher gesetzt, dann wäre ich nie an dem Clip Save Bower down, ist der andere Bogen oder? Cool Beide Bögen, one sec Zwei Bows auf dieser komischen Frontbase, was sie auch immer gezogen haben Aber alle sind low, die haben alle richtig viele Shots Bist du so besoffen? Der linke Bow ist richtig low Danke Ich bin immer noch der Beste Hör auf zum Rausch, wir müssen erstmal Schichten ziehen Vielleicht hab doch Weiß da drauf Bogen bekommt jetzt ein richtiges Sidebase Die EC bringt nichts damit keinen der Base ab Einer rushed, einer rushed Anas TNT Schutz Ich komm hoch Erste 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 Die gehen noch nicht Der Bogen ist low Selten so gut als Base Bow gewesen, alter Muss mich mal selbst loben Bauer, genau, kein Leiter Der oben Bow ist sowas von One-Hit Down, Bow down Oder hat der gedroppt? Er hat gedroppt Hurensohn Aber die hatten Double Bow Der hat gedroppt Deswegen ist er stehen geblieben Brenn doch vor, wenn ich in mich rein Okay, hier geht einer Ah, geht one sec unter Ja, baut weiter Der steckt sich wieder Der vierer Nummer vierer, ja Nein, er hat mich runtergeschossen mit einem Shot Runtergeschossen, runtergeschossen Aha, ich bin so ne Legende Scheiße, die waren scheiße Dann mach nochmal welche Mach wieder, mach den Weg mit Na, kann er Mach da welche Keine Blöcke mit Oben down Auf jeden Fall hat er's gebaut, aber Er hat die geschafft Oberste, Oberste